Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Stefanie Katerle. Ich bin Coach und Paar-Coach. Hallo liebe Zuhörer. In dieser Folge geht es um etwas, was genauso schauderhaft wie allgemein verbreitet ist. Ein Gefühl, was keiner will und was alle blöd finden und doch gehört es irgendwie dazu. Alle behaupten, es müsse so sein, es müsse sie geben, die Eifersucht. Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifersucht, was Leidenschaft, ist einer von diesen Sprüchen oder wo keine Eifersucht, da keine Liebe. Eifersucht scheint als kulturelles Gefühl einfach zur Liebe dazugehören. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so ist. Gehört die Eifersucht wirklich dazu? Liebt man mehr, wenn man sehr doll eifersüchtig ist? Ich glaube, ein bisschen was davon haben wir auch gelernt. So wie wir als Kinder lernen, dass es das Christkind gibt und dass man das schöne Händchen zur Begrüßung gibt, so lernen wir auch, dass Liebe ohne Eifersucht irgendwie nichts taugt. Tja, so begleitet sie unsere Liebesgefühle und wenn es uns nicht gut geht, dann ist sie ganz weit vorn. Manche behaupten, sie sei normal, natürlich und würde elementar zur Liebe gehören. Deswegen müssten besonders Frauen auch ihre Männer immer eifersüchtig bewachen, weil die sind ja immer auf der Jagd nach dem anderen Geschlecht und die wollten ja sicher immer nur fortpflanzen und deswegen müssten die Frauen eifersüchtiger sein. Also nicht. Ich glaube, dass Eifersucht im Grunde genommen etwas ist, was wir in unserem kulturellen Gebrauch für ganz normal halten, was aber eigentlich so in reinen Form gar nicht existiert. Ich glaube, dass die Eifersucht ist wie Currypulver. Ja, genau, wie Currypulver. Curry benutzen wir jeden Tag und es steht Curry auf der Dose. Aber Curry gibt es gar nicht. Curry ist ein Gemisch aus verschiedenen Gewürzen und ich glaube, so ist es mit der Eifersucht auch. Curry wächst nicht am Baum. Eifersucht auch nicht. Curry wird gemischt aus verschiedenen Gefühlen. Curry wird gemischt aus verschiedenen Gewürzen natürlich. Eifersucht wird gemischt aus verschiedenen Gefühlen. Und was ist jetzt drin im Eifersuchttopf? Also meiner Auffassung nach ist die Hauptkomponente in der Eifersucht der Neid. Ja, Neid. Neid auf die andere Person, die den Partner haben darf, wenn man ihn selbst nicht haben kann. Manche sind auch neidisch auf den Partner, der sich eben mit dieser Person umgeben darf, die man vielleicht selbst auch attraktiv findet. Vielleicht ist man auch neidisch auf den anderen, auf den man eifersüchtig ist, weil man vielleicht selbst ein bisschen gern so wäre wie er oder sie. Und dann ist man vielleicht auch manchmal neidisch darauf, dass der Partner mit jemand anderem lustig ist und eine gute Zeit hat. Und mit einem selbst eben nicht, da ist er dann nur langweilig und schlecht gelaunt und mit den anderen ist er gut drauf. Was natürlich auch zur Eifersucht dazugehört, ist diese verdammte Angst vor dem Vergleich. Was hat er, dass ich nicht habe? Was hat sie, dass ich nicht habe? Ist dafür das Sinnbild. Das Vertrauen gemocht zu werden, wie man ist, wird in Eifersuchtsphasen echt ganz brüchig. Selbstwertgefühle brechen zusammen und man fühlt sich einfach zu nix mehr wert. Nur halb so hübsch, nur halb so sexy wie der oder die andere. Und dann gibt es noch etwas, das geben viele gar nicht gerne zu. In der Eifersucht steckt Projektion. Projektion, das bedeutet, man schiebt einen geheimen Wunsch dem anderen zu, den man vielleicht selber gerne hätte. Ja, Hand aufs Herz, manch einer würde selbst gerne mal fremde Haut spüren oder mal wieder mit jemandem flirten. Und das gönnt man dem Partner nicht. Und drum schiebt man ihm die Eifersucht unter. Ist auch schon vorgekommen. Ja, und dann gehört natürlich zu dieser Eifersucht auch unser Liebesverständnis. Vom Minnesang über das weiße Brautkleid bis zur Silberhochzeit haben wir kulturelle Vorgaben. Wir wissen genau, wie die Liebe geht. Und ja, der andere gehört mir. Das ist so. Du bist mein, ich bin dein und du gehörst zu mir, wie mein Name an der Tür und so. Das sind alles so Dinge, die haben wir uns angewöhnt. Und insofern ist das auch ein Imageverlust, den wir durch die Eifersucht erleiden. Was wird uns etwas weggenommen? Oder es droht jemand, uns was wegzunehmen, was wir als Eigenbesitz deklariert haben? Tja, und so entsteht eins der hässlichsten Gefühle, die wir haben. Diese Eifersucht ist, so lustig ich das jetzt auch geschildert habe und so lapidar, ist eins der furchtbarsten Gefühle, das wir kennen. Es ändert alles, es ändert den gesamten Gefühlshaushalt und es führt dazu, dass wir uns ängstlich und alleine fühlen, so ängstlich und allein wie zuletzt als ganz kleines Kind, wo wir vielleicht Momente hatten, in denen wir fürchteten, Mama und Papa würden niemals wiederkommen und wir würden jämmerlich zugrunde gehen. Das ist jetzt gar nicht übertrieben. Die Eifersucht kann Todesängste auslösen, wenn die Sicherheit, der eigene Platz in der Welt, der durch die romantische Liebe versprochen wird, plötzlich in Frage gestellt wird, dann geht es uns richtig schlecht, existenziell schlecht. Eifersucht ist also gleichzeitig mehr und weniger als das, was wir kulturell unter ihrer Definition zusammenfassen. Sie ist manchmal nur ein kleines mieses Neidgefühl, manchmal aber eine lebensbedrohliche Welle von Existenzangst. Aber sie würde niemals jemanden davon abhalten, zu tun, was er will. Und damit müssen wir einfach leben. Am Ende steht die Frage, was bin ich eigentlich ohne dich? Und diese Frage darf gestellt werden, ohne die gesamte Beziehung infrage zu stellen. Eifersucht ist ein Phänomen, aber sie ist nicht nur das, wonach sie aussieht. Wer sie kennt, kann sie dosieren und dem gemeinsamen Beziehungssüppchen so eine gewisse Note verleihen. Man darf auch mal flirten, ja, darf man. Eifersucht muss nicht alles verderben. Und viele Paare finden auch Wege und finden sprachliche Wege vor allen Dingen auch, Dinge wie Eifersucht im Gespräch umzudeuten. Vielleicht ist in der Eifersucht ja auch ein Fünkchen-Fantasie. Und so manch einer findet den Partner, der da gerade mit jemand anders flirtet, plötzlich selbst auch wieder attraktiver. Also verteufeln Sie die Eifersucht nicht, sondern betrachten wir sie doch einfach als das, was dazu gehört. Sie ist nicht schön, sie ist überdosiert viel zu scharf und schmeckt da nicht mehr, aber sie gehört einfach zum Leben dazu. Okay, bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Tschüss!